Die erste deutsche 2 Euro Münze 2023 ist erschienen und diese möchte ich euch heute in einem kleinen Video vorstellen. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da, liked und teilt das Video, würde mich sehr freuen und jetzt geht es auch los. Die erste deutsche 2 Euro Sondermünze 2023 ist gleichzeitig die erste Ausgabe der Bundesländer 2 Serie, die von voraussichtlich 2023 bis 2038 gehen soll. Das erste von 16 Bundesländern ist dieses Mal Hamburg und die Münze zeigt die Elpfelharmonie. Das Ausgabedatum war der 24. Januar 2023, also nur 5 Tage nach Ausgabe der 20 Euro Münze Hans im Glück. Die Elpfelharmonie wurde im November 2016 fertiggestellt. Das Konzerthaus soll ein Kulturdenkmal für alle sein und ist gleichzeitig ein modernes Wahrzeichen für Hamburg, nachdem ja auf der 2 Euro Münze 2008 der Hamburger Michel als historisches Motiv gezeigt wurde. Während des Baus hörte man öfters auch Negativschlagzeilen. Einerseits wurde das Enddatum immer wieder verschoben, aber vor allem explodierten auch die Kosten von anfänglich veranschlagten 77 Millionen Euro, wuchs das Ganze auf stolze 866 Millionen Euro. Heute ist die Elpfelharmonie ein vielseitiges Gebäude mit Konzertsälen, aber auch einem Hotel und einem Parkhaus. Unter anderem das gelungene Motiv wurde dabei auf die Münze gebracht von Michael Otto aus Rodenbach. Die Auflage der Münze wird voraussichtlich wieder 30 Millionen Exemplare betragen, verteilt auf die 5 deutschen Prägestätten. Dabei übernimmt Berlin 6 Millionen, München 6,3 Millionen, Stuttgart 7,2 Millionen, Karlsruhe 4,2 Millionen und Hamburg 6,3 Millionen Münzen. Die Randschrift der Münze lautet Einigkeit und Recht und Freiheit und alle anderen technischen Daten sind natürlich wie bei einer herkömmlichen 2-Euro-Münze. Die Münze stellt aufgrund ihrer hohen Auflage natürlich kein Wertobjekt dar. Sie wird zahlreich im Umlauf zu finden sein und für alle Sammler, natürlich kann man diese Münze weglegen, aber man darf einfach nicht davon ausgehen, einen großen Mehrwert damit zu generieren. Ich hoffe diese Kurzvorstellung hat euch gefallen, ich würde mich über eine positive Bewertung freuen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.